Wer hätte das gedacht? Sichtlich überrascht waren am 12. Juni die Gäste des diesjährigen Wettbewerbs des Pokal der Wirtschaft in der Alten Ölmühle in Wittenberge. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und seine Gattin Sojen Schröder Kim waren zu Gast in Wittenberge. Während eines Besuchs auf dem Gelände der Alten Ölmühle nahmen sich die Gäste kurz Zeit und besuchten die Auszeichnungsveranstaltung. Gerhard Schröder sprach lobende Worte an die Schüler und Schülerinnen und wünschte ihnen viel Erfolg für die Zukunft. Letztes in der Schule, man muss sich schon mal anstrengen, in der Wirtschaft erst recht, von Politik würde ich erst gar nicht reden. Also Ihnen alles Gute und viel Erfolg, Freierabend. Anschließend ging es zu einer lockeren Gesprächsrunde mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik in den Trausal des Hotels Alte Ölmühle. Dort trugen sich der Altbundeskanzler und seine Gattin in das Gästebuch der Stadt Wittenberge ein. Ein schöner Abend mit vielen Erinnerungen und lobende Worte an die Elbestadt. Und ich muss sagen, die Stadt hat sich eindrucksvoll entwickelt. Und das hat zu tun mit den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt in allererster Linie, aber eben auch mit einer offenbar klugen politischen Führung, die jedenfalls den Menschen hier eher geholfen, als ihnen irgendwas in den Weg gelegt zu haben. Vielen Dank. Vielen Dank.